Der Spiritername Shri Priya. Shri Priya ist ein Spiritername von Aspirantinnen mit Lakshmi-Mantra. Shri Priya ist diejenige, die Lakshmi liebt, diejenige, die von Lakshmi geliebt wird. Priya ist diejenige, die liebt. Und Shri ist Lakshmi. Shri heißt Glück. Shri heißt Leuchten, Strahlen, Glanz, Wohlstand, Wohltätigkeit. Shri Priya ist diejenige, die im Strahlen und im Leuchten die Liebe findet. Oder auch diejenige durch, die durch Liebe strahlt und leuchtet. Wenn du Priya kurz ausbrichst am Ende, dann wäre es übrigens auch ein Männername. Shri Priya wäre der, der Lakshmi lebt, der, der von Lakshmi geliebt wird. Und Shri Priya diejenige, die Lakshmi lebt und von Lakshmi geliebt wird. Allerdings wird in Indien dieser Unterschied oft etwas verwischt. Denn auch Frauen werden jetzt nicht Shri Priya genannt, sondern meistens Shri Priya. Aber behalte es dir im Hinterkopf korrekt. Am Sanskrit her wäre es mit langem A am Ende. Mindestens etwas länger als andere Wörter, die männlich sind und ein A am Ende haben. Also wie Shiva, aber Shri Priya. Ja. Vielen Dank.